Wenn du meinst, dass es komisch ist, dann bist du raus! 5, 9, 4! Die geht doch nicht rein! Was geht ab, was geht ab, liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Heute sind wir wieder in Mannheim, und zwar, da wir bald Weihnachten haben. Ich dachte, passend zu Weihnachten verteilen wir heute Liebe raus. Ohne drüber zu reden, würde ich sagen, let's go! Und abonniert meinen Kanal, falls ihr zufrieden seid. Immer wieder liken, 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 abonnieren. Nicht vergessen, wir sehen uns, bis nachher, ciao! So, wir haben schon unseren ersten Passanten, liebe Freunde. Wir wollen den erst mal kennenlernen. So, du heißt? Fares. Fares, freut mich du? Selina. Selina, freut mich. Ihr kommt aus? Mannheim hier. Aus Mannheim? Ja, auch aus Mannheim. Super, okay. Also ich dachte mir, passend zu Weihnachten, ne? Die, die uns zuschauen, die wissen alle Bescheid. Und zwar, wir wollen heute Liebe verteilen. Ja. So, und da du ja mitmachen willst, erstmal, ich küsse dein Auge, vielen lieben Dank. Du rufst jetzt irgendwelche Verwandte, Freunde, Mutter, Vater an? Machst Laufsprecher an und sagst einfach, ich liebe dich. Einfach so, ohne Kontext. Ohne Kontext. Ich liebe dich. Und ich möchte einfach nur die Reaktion sehen, ob das jetzt eine Mutter ist oder ein Vater, was die so sagt, ne? Das ist halt schon eigentlich interessant. Ich denke jetzt bestimmt irgendwas ist passiert. Denke ich auch. Oder hast du was irgendwie in den letzten Tagen was gemacht? Okay, alles gut. Sehr gut. Dann ruf mal an. Wem rufst du gerade an? Meine Mutter. Mutter, okay. Also jetzt wollen wir mal sehen. Ich hoffe, dass die drangeht. Bestimmt. Ich denke auch. Ich hoffe es. Oder Vater. Kannst du auch. Die geht doch nicht rein. Dann würde ich mal sagen, ja, die macht mit auf jeden Fall. Was hab ich davon? Wir wollen einfach nur Liebe verteilen. Heute ist unser Format passend zu Weihnachten Liebe verteilen. Das ist schön. Weil das macht man sehr selten. Ich hab gedacht, da gibt es 1000 Euro oder so. Ne, also heute nicht. Tatsächlich wirklich heute nicht. Aber bei den nächsten Formaten wieder. Immer wieder. Die Leute, die wollen mich kennen, die wissen Bescheid. Ja, Mann. Dann würde ich sagen, kannst du ganz kurz zu mir kommen? So, wo ist unser Kameramann? Jawoll. Ne, alles gut. Und ich meine, deine Haare sind auch frisch gefärbt, glaube ich. So, wir wollen dich erstmal kennenlernen. Hi. Wie heißt du? Sheila. Freut mich. Kommst du nach Hause? Mannheim. Aber ich wohne in Freiburg. Oh, cool. Okay. Wie lange bist du aus Mannheim? Wie? Also, wie lange bist du schon hier? 12 Jahre. Oder was führt dich hierher? Arbeit. Arbeit. Okay, cool. Und Freunde. Super. Feierst du auch Weihnachten? Ja, na klar. Super. Das freut mich. Und zwar, da würde ich sagen, oder dich darum bitten, wem möchtest du eigentlich anrufen? Mein Freund. Dann ruf mal deinen Freund an und sag, dass ich dich liebe. Okay. Mal gucken, ob es kann sein, dass er noch im Auto sitzt. Ja. Probieren wir mal, oder? Und laut sprich auch bitte an. Wäre sehr wichtig. Okay. Er wird sich freuen. Ich denke auch. Hoffe nicht, dass er sich wundert oder so. Hey Schatz. Ich wollte nur sagen, dass ich dich liebe. So, liebe Freunde. Schaut mal, wen ich da hab. Einer von meiner Formate Messevideo mit 30 Liegestütze. Mein Bruder ist da. Ich hab den jetzt ganz spontan hier gesehen. Auf jeden Fall wollen wir den jetzt wieder fragen. Und bist du immer noch Single? Natürlich, Bruder. Warum, Bruder? Arbeiten, Schule, dies, das. Was soll ich machen, Bruder? Du bist ein gut aussehender Typ, ja. Maschallah, würde ich sagen. Wirklich, ohne Scheiß. Also an alle Damen da draußen. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. So einen Mann darf man nicht entgehen lassen. So. Bruder, eingefallen. Tu mir bitte. Hol dein Handy raus. Ruf entweder Mutter oder Vater an. Ja. Und sag einfach, dass ich dich liebe. Tamam. Tamam. Du feierst kein Weihnachten, ne? Nein, aber... Okay. Das ist aber so ein Format, passend für Weihnachten. Dachte ich, wir verteilen ein bisschen Liebe raus. So. Und laufst ruhig an. Jawoll. Du rufst Vater an. Oh, wird gefährlich. So. Übrigens, liebe Freunde, ich bin ein bisschen angeschlagen, ne? Von letzter Woche. Ihr wisst Bescheid wegen meiner Stimme. Guten Tag. Ach, schade. Ruf mal Vater an. Freundin, würde ich sagen, aber... Ihr seid ja schon, ne? Nicht? Okay. Also ganz normale Freunde. Ja, genau. Okay. Ja. Ja? Hallo? Was ist los? Ey, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Wieso? Einfach so. Was ist los mit dir, Alter? Nein, einfach so sagen. Einfach so, schöner Tag. Wo bist du denn? Weiner. Ich bin in Mannheim. Weiner. Ja, was machst du? Ich bin halt draußen. Ich wollte dir nur so sagen. Nein. Ist alles gut. Ist alles gut. Ist alles gut. Wem bist du jetzt grad? Mit Selina. Ich mach mir grad Sorgen für dich, Alter. Was ist los? Nein, ist alles gut. Ich versteh dich, Alter. Ich versteh dich, Alter. Jedenfalls schimpft halt. Wenn du... Ich echt so. Glaub mir's. Hey, warum? Weil du mich anrufst, sagst mir, dass du mich liebst, Alter. Was ist das? Als ob ich dir das nie sage so. Ja, du sagst es auch nie. Ja, du sagst es auch nie. Du sagst es auch nie. Du sagst es auch nie. Komisch. Oha. Natürlich. Nein, alles gut. Wo kommst du? Ich weiß nicht. Hast du schon was gegessen? Nein. Nein. Okay. Wo gehst du essen? Gehst du irgendwo essen? Nein. Ich wollte dir nur... Ich wollte dir das nur so sagen. Alles gut. Baba, was machst du? Ich liebe dich. Baba, weißt du was? Ich liebe dich. Ja. Wieso, Baba? Ich liebe dich einfach. Du bist mein Vater. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Danke schön, Baba. Baba. Baba red mal ein bisschen lauter. Ich verstehe dich nicht. Hä? Ich habe gesagt, ich liebe dich, Baba. Ja, und Baba? Ja so, Baba? Du bist mein Vater. Tamadiris Baba. Tamadiris Baba. Tamadiris Baba. Der guckt Fernsehen. Was soll ich sagen? Perfekt, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ich danke dir. Wir sehen uns. Instagrammonosöhle? Apo mit 2o.159. Alle folgen. Jawohl. So sieht's aus. Peace out. Einen. Ich erklär's dir später. Ich erklär's dir später. Was hast du gemacht? Alles gut, ich erklär's dir später, ja. Geil. Bis dann, ciao. Warum immer so was? Er versteht die Welt jetzt nicht. Ich weiß, weil genau darauf wollten wir eigentlich hin, weil wir wollen halt einfach nur wissen, wie die Reaktion von der Gegenüberstehenden ist. Und weil heutzutage sagt man sowas auch sehr selten. Und ich finde einfach, es ist viel zu schade, einmal mal Liebe verteilen und sagen, ey, ich liebe dich, hab dich gerne, hab dich lieb. Umarmen, keine Ahnung, alles mögliche halt, ne. So. Das werde ich machen. Auf jeden Fall unter der Videobeschreibung wird sie verlinkt, liebe Freunde. Dann könnt ihr die auch gerne mal scouten, ne. Ja, Mann. So. Dann würde ich sagen, ein Tempo. Ja, gerne. Ja, das ist super. Oder Serviette. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. F***. Also ich find's richtig cool und interessant, auf jeden Fall, wie die so Reaktionen sind. Ja, weil heutzutage erwartet man so viel eigentlich nicht. Obwohl es eigentlich voll normal ist, ja. So, dann würde ich sagen, let's go. Wir gehen weiter Richtung Wasserturm. Peace out. Ja, Mann. Ha, ich versteh das nicht. Ja. Einfach so. Schöner Tag. Was verstehe ich denn? Ja, egal. Ich erklär's dir dann gleich. Okay, halt. Tschau. Tschüss. Bosti und Lanz, wann bist du, Bruder? Bosnia. Bosnia, okay, gut, super. Ja, dann ist es normal bei uns Ausländer ist es normal. Also mein Vater oder meine Mutter wird genauso reagieren, glaube ich keine Ahnung. Aber ey, ich find's cool, richtig nice von dir, wirklich. Und sowas ist doch eigentlich schön, oder? Ja. Einfach mal sagen, ey, ich liebe dich und ich mein, warum ist das so schwer, für die ganze Menschheit da draußen. Ruft einfach eure Mütter, Vater, Bruder, Schwester, Freundin an und sagt einfach, dass ihr euch gegenseitig liebt. Ganz einfach. So denke ich zumindest. Nicht immer nur irgendwelche scheiß Videos anschauen. Ja, auch mal sowas. Aber erstmal vielen Dank. Das Video dürfen wir verwenden auf YouTube? Okay. Und deine Bestätigung haben wir auch? Alles klar. Wie heißt du erstmal? Ich, Sammy. Okay, Sammy. Machst bitte Laufsprecher an Sammy, damit wir mitkriegen. So. Und sagst einfach, dass du dich liebst. So. Und sagst einfach, dass du dich liebst. Ich liebe dich. Warte, du musst rangehen. Wem rufst du an? Rufst du deinen Freund an oder wie? Ja, ja, ich mach ihn als Spaß. Ruf doch mal deine Mutter oder dein Vater an. Nicht als Spaß. Weil wir, guck mal, wir haben bald Weihnachten. Wir wollen Liebe verteilen. Das Video, es geht um Liebe verteilen. Ach so. Das ist unser heutiges Projekt. So. Jetzt rufst du einen an, wo du wirklich liebst und sagst, ey, ich liebe dich. Ja, also ich liebe dich schon, aber. Okay, dann ruf die doch an. Das hört sich komisch an. Warum? Nein, warum? Sagst du nie deine Mutter, ich liebe dich? So. Also, dann musst du anruhen und sagen, Mama, ich liebe dich. So viele Leute haben mitgemacht. Wenn du meinst, dass es komisch ist, dann bist du raus. Aber ich find's nicht, dass es komisch ist. Das ist für dich normal. Und heutzutage sollte man Liebe verteilen. Ja. Das ist das Problem. Ja, Mann. Weil die Menschen sagen nicht immer, ey, ich liebe dich oder umarmen oder so. Du musst mal auch schöne Sätze raus sagen. Oder dein Vater oder dein Bruder. Sagst, ey Bruder, ich liebe dich. Ja, stimmt, wenn ich einen hätte. Ach so, ja, okay. Aber Mama, Vater, die sind bei dir. Kannst du Mama anrufen? Die ist gerade arbeiten. Okay, Vater auch? Mit dem Vater habe ich keinen Kontakt. Ja. Okay, verstehe. Alles gut. Aber ich überlege gerade. Genau, Freundin, Cousin, Cousine. Stimmt. Cousine habe ich jetzt nicht. Okay, dann würde ich sagen, das war ein Fail-Video, liebe Freunde. Ach so. Ohne Liebe. Aber weißt du was? Komm mal her, Bruder. Komm mal rein. Komm mal rein. Du hast ja versucht, vorhin deinen Bruder anzurufen. Ja. Komm mal rein. Und hier in Jerusalem ist heute mehr als die Hälfte aller Förskole-Barn... ...barn... aber sieht sehr schön aus hier bisschen liebe verteilen wer möchte denn liebe verteilen ist die frage 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 hi ihr kommt gerade genau passend zu mir so in die richtung ich hätte nur eine frage passend zu weihnachten feiert ihr weihnachten eigentlich ja oder ja ja weiß nicht bei dir hat ich so angehört ich weiß es nicht auf youtube wenn es euch nichts ausmacht natürlich falls ja kann ich löschen ich bin youtuber hier im mannheim mache youtube videos und passend zu weihnachten dachten mir einfach egal wer du rufst zum beispiel wenn ich dich duzen darf überhaupt mama freundin partner besten freund vater ever an und sagst am telefon dass du ihn oder sie liebst ganz einfach jetzt gerade gleich anrufen doch aber jetzt nicht einfach so ein bisschen liebe verteilen passend zu weihnachten einmal anrufen okay komm dann krieg ich eine umarmung okay dass das geht auch liebe freunde hat sowas geht auch lieben sie riechen die alle zu weihnachten ja okay versprochen versprochen natürlich okay dann musst du aber die ganzen zuschauer da draußen versprechen weil die werden wir alle auf jeden fall kommentieren nehme ich mal an hoffentlich für die und du kommst auch aus mannheim wie heißt eigentlich robert freut mich auf jeden fall hast du instagram soll man sich da robert dolce vita okay robert dolce vita liebe freunde hier ist das mikrofon du schaust ihn so an und sagst ich liebe dich ich liebe dich sehr gut und was sagst du wie hast du dich gefühlt hast du dich gut gefühlt dass er sagt ich liebe dich ja bei mir hat es schon berührt aber ja so dass der ein dass der so ein bruder für mich ist ja ja sehr schön feiert ihr auch weihnachten ja ja sehr schön das finde ich super ich bedanke mich bei euch ich wünsche euch alles gute und viel gesundheit und bleibt immer so bleibt immer so sauber so wie ihr seid ja ihr beide habt auf jeden fall ein reines herz und immer schön liebe verteilt immer liebe vielen lieben dank dankeschön ich grüße dein herz und an der stelle liebe freunde liken nicht vergessen ja liken 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 ja ist es das ist nicht so schwer nur liken ja man so zeig mal ist noch mal ja man da du hast mich abonniert ja man ist der beste ja man ja man ist die squad das ist mein youtube channel ja man ach so ja ja man genau auf ja jetzt hat jetzt hast du mich abonniert du auch bruder ja 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 wohl jetzt hat er mich auch abonniert so ich küsse eure herzen was sollen die das machen was sollen die auf video machen die sollen liken like jammer ne er ist der beste ja man genau oder jawohl super und schenke viel liebe und liebe auch jawohl ja man ja bruder kannst du gerne machen machen mama perfekt könnt ihr auch auf insta mich markieren wie ihr wollt ok dann poste ich euch auch auf insta danke dir ok nächstes mal alles klar ok gerne so dann würde ich sagen let's go so das mit liebe verteilen war glaube ich schwer aber es soll eigentlich sehr sehr einfach sein ich stecke die umarmen okay wir haben gar keine was für videos ach so ich brauche jetzt auch ich brauche jetzt auch ein video mit dir wir sprühen auch liebe übrigens ok ok gerne warum nicht gerne ok so soll ich ja wenn dann ok woher soll ich hin ja hier ja mann ganz ja mann und gleichzeitig auch die jene ihr könnt mich auch gerne als dj buchen geht auch ja mann wir machen tanzveranstaltungen ok ja da können wir auf instagram auf die liebesumarmung wir sind gleich fertig nur noch eine danach sind wir für heute fertig und ganz kurz herr liebe weihnachtsmann wie geht es dir soll mir also findest du gut dass ich heute liebe verteile und so ein video drehe auf youtube ja alles klar ich küsse dein herz bleib immer gesund bleib fit wir sehen uns bis auf und ansonsten vielen dank ich wünsche euch gute weihnachtszeit was machst du musik ich spiele eigentlich alles alles hauptsächlich reggaetonhaus reggae rmb oldschool ich bin 88er ich habe drei jahre tatsächlich bachata getanzt hier auch der kreatur max hamburg gerne gerne auf jeden fall nächsten mittwoch 20 uhr im café beirut das ist doch eine silvestrefeier echt bist du bachata tanzlehrer oder ja super meiner war rosé an der stelle liebe grüße gegen raus ja mann ist ein spanier und der war auch cool und ich habe salza getanzt drei jahre lang und bachata kam dann einfach so ne ich meine wer salza tanzen kann kann auch bachata tanzen ja mann denke ich das kommt das kommt finde ich zumindestens man braucht bisschen leidenschaft bisschen liebe so wie heute und das war's oder richtig vielen dank mich sehr gefreut mich auch ebenfalls und gute zeit tschau 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 so hallo hi nein nein nicht die die zwei die zwei die messen mich gerade so an genau okay so hallo hi hi okay 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 ein bisschen liebe verteilen ach so habt ihr vielleicht ein bisschen liebe zu verteilen ja liebe verteilen ja mann wenn euch das video bis hierher gefallen hat bitte abonnieren liken kommentieren nicht vergessen und ansonsten liebe ist was sehr sehr schönes bleibt alle gesund bleibt alle fit mirern gut lobe snitch buch inte So, liebe Freunde, wir sind heute am Ende. Vielen lieben Dank für die ganzen Unterstützung und ganzen Supports. An erster Linie vielen lieben Dank an Repograff hinter der Kamera. Der ist an meiner Seite, liebe Freunde. Abonniert bitte meinen Bruder Repograff. Und ansonsten für die ganzen Unterstützung auf TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Vielen lieben Dank. Ich küsse eure Herzen, liebe Freunde. Passend zu Weihnachten auf jeden Fall. Dachte ich wegen dem Format, wir verteilen heute Liebe raus. Ganz einfach. An diejenigen, die wir heute mitgemacht haben. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich küsse eure Herzen. Ihr habt super toll mitgemacht. Und ihr habt alle reine Herzen auf jeden Fall. Und an der Stelle, liebe Freunde, würde ich sagen, bitte abonniert unseren Kanal. Liken, kommentieren, nicht vergessen. Liken, 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 liken. Und über 40 Prozent, die ganzen Zuschauer, sind diejenigen, die wir abonniert haben. Und über 60 Prozent, diejenigen, die mein komplettes Video anschauen, die nicht abonniert haben. Also wenn ihr schon das komplette Video anschaut, 60 Prozent da draußen, dann abonniert wenigstens. Und gut ist, es ist kostenlos, kostet euch nichts. An der Stelle, ich liebe euch. Vielen lieben Dank. Und was soll ich noch sagen? Ich liebe euch. Ihr seid die Besten. Und an diejenigen, die Weihnachten feiern, frohe Weihnachten, alles Gute, bleibt gesund, bleibt mit eurer Familie. Ruft immer wieder gegenseitig euch an, umarmt euch und schenkt bisschen Liebe, liebe Freunde. An der Stelle, peace out. Ja, man, is the squad. Ja, man, is the squad. Ja, man, is the squad. Jawohl, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, man, is the squad. Is the squad. Jawohl. Ja, man, is the squad. Jawohl, Dankeschön. Wir sehen uns. Viel Spaß euch. Bis zum nächsten Mal.